servus leute und herzlich willkommen hier bei spin-divers matrana und wir werden uns hier als allererstes mal schön die karte an schön die karte freischalten dafür wollen wir natürlich den lkw hier wechseln lkw wechseln nö nicht montieren handbremse lösen wir erst mal dann wechseln wir hierzu sein chip oder was das sein sollte sollte jetzt eigentlich funktionieren und tut es auch dann bringen wir hier dachkoffer an und ersatzrad damit wir uns unterwegs auch ein bisschen reparieren können ein allrad wäre ganz cool ja satzrad damit wir uns ein bisschen reparieren können falls wir unterwegs ein bisschen schaden erhalten den dachkoffer einfach damit wir dann auch ein bisschen benzin für unterwegs aufladen können und wir fahren hier als erstes ja bin hier richtig zu unseren ersten beobachtungspunkt hier hin dann fahren wir wie viel haben wir hier aber eh nicht so viel zum zweiten beobachtungspunkt dann können wir hier ein bisschen danken falls uns der dank aus geht dann haben wir hier unseren dritten beobachtungspunkt und hier den vierten so fahren wir es hier jetzt dann ganz einfach ab und einfach mal die karte freizustellen damit wir auch schön sehen wo was ist ja sieht doch ganz schön aus hier das spiel ich habe schon mal ein bisschen im voraus gespielt die mission habe ich eigentlich abgeschlossen aber ich spiele sie jetzt noch mal mit euch einfach nur so einfach nur so damit ihr ein bisschen reinkommen hier im spiel habe ich einfach schon ein bisschen mal gespielt ja und jetzt spiele ich die erste mission zusammen mit euch und ich hoffe dass es euch hier ein wenig spaß machen wird mir zuzusehen wäre nämlich ganz cool hier schön durch die pfitzen durch ich glaube wir sollten hier einfach mal ein bisschen außenrum fahren damit wir nicht zu tief im wasser versinken hier geradeaus so geht es schön langsam voran hier durch die wildnis ich hoffe mal dass ich hier richtig fahre aber es sieht gut aus zum sägewerk wollen wir jetzt noch nicht dann müssen wir dann später ein paar holzstämme abliefern und ja so ist das hier halt einfach schön entspannt ein bisschen lang fahren ja wir sinken ja ziemlich tief im schlamm aber ganz langsam geht es ja hier ein bisschen voran hier den berg hinauf ohne differenzial spät besser voran als wir mit probieren sie einfach mal aus 200 meter haben wir hier nur bis zu unserem ersten beobachtungspunkt 205 schaden halt das ist ja ganz gar nicht zu wenig hier ersatz rat ja nehmen wir mal wieso denn eigentlich nicht hoffen mal dass wir hier unseren lk äh unseren truck hier nicht ganz zerstören das wäre nämlich ziemlich uncool nicht nicht stecken bleiben stecken bleiben hier im schlamm wäre natürlich auch nicht so cool das wasser hätte ich jetzt glaube ich besser nicht reinfahren sollen aber das schaffen wir schon irgendwie wieder da raus so 70 meter haben wir hier noch vor uns komm raus da ja eigentlich wenn ich die straße weiter fahre müsste ich ja auch irgendwann dort ankommen ich hoffe ich halt mal ich glaube wenn ich hier so ein bisschen am straßenrand fahre bin ich etwas schneller so da vorne hätten wir den ersten beobachtungspunkt auch schon und da ist er ja also erst hätten wir schon freigeschaltet dann weiter zum zweiten und ich glaube auch nicht dass wir tanken müssen denn wir verwenden dieses schöne fahrzeug hier zur sonne um die beobachtungspunkte abzufahren also die straßen sind ja ganz schön fertig komm 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 wir schaffen das hier ja so ist schön komm 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 raus da und nicht stecken bleiben das wollen wir natürlich nicht ja es geht langsam aber sicher voran ne doch da haben wir einen Punkt um die Winter anzubringen hier mal wieder was raus so lösen dann hoffen dass wir hier schön wieder vorbeikommen und kommen wir hier weiter ja so ist gut bin ich jetzt falsch nö bin ich eh richtig hat nur jetzt irgendwie falsch ausgesehen weil das Kompass irgendwie nach hinten zeigt aber ich glaube der Kompass zeigt uns einfach nur den weit entferntesten Punkt an aber wir müssen hier noch ein Stückchen entlang hier stecken wir auch schon wieder fest und ganz langsam wir wollen ja unser schönes Fahrzeug hier nicht kaputt machen eigentlich müsste der zweite Beobachtungspunkt auch gleich mal hier hinten sein ach so deswegen zeigt er nach hinten an weil der noch hier ist den würde ich gerne löschen naja was habe ich jetzt gemacht irgendetwas habe ich jetzt gemacht was ich eigentlich nicht machen wollte nö nicht wechseln hinweise ja den hinweis würde ich hier gerne entfernen entfernen wenn das bitte gehen würde ja so ist besser nur noch 50 Meter und wir sind beim zweiten Beobachtungspunkt angekommen und da werden wir auch schon kommen rein da nicht gegen den Baum sondern hier rein und das müsste ja auch schon reichen dann würde ich den Punkt hier bitte gerne entfernen naja auch egal da ist er auch schon entfernt so wie fahren wir jetzt am besten zum nächsten hier scheint es ja durchzugehen ja wir versuchen unser Glück hier mal dieser Straße oder hier einfach auf diesem Weg so langsam über Stock und Stein und hier haben wir uns wir haben uns hier festgefahren ich bringe einfach mal die Windel hier an dann ziehen wir uns hier ein bisschen rüber ja sieht zwar nicht so gesund für unser Auto aus aber was soll es hier raufkommen wäre noch cool so sieht es gut aus dann hier lang und hier lang und so kämpfen wir uns einfach unseren Weg hier durch die Wildnis mal sehen ob das hier eine gute Idee ist hier runter zu fahren ich bezweifle erst ich bezweifle erst wirklich aber wir werden schon sehen aber war ja gar nicht so eine schlechte Idee wenn hier nicht dieser Baumstamm liegen würde so 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 und sieht ja so weit ganz gut aus auf einmal dass ich hier lang komme und dann gefährlicher Wasserstand ist nicht gut nee das ist nicht gut wenn wir dann zum Wasser versinken hoffe mal dass ich irgendwie hier raufkomme und geht das wenn wir hier mal die Winde an und ziehen uns einfach hier rauf zu weit zu gut lösen nicht gegen die Bäume fahren wir wollen ja unser Fahrzeug natürlich nicht kaputt machen so wie es hier gerade passiert ist so wir mit diesem Fahrzeug hier noch die nächsten Beobachtungspunkte erreichen zwölflich zwölflich zwar aber wir werden schon sehen so ist man hier langsam runter und dann sollte es ja eigentlich gar nicht mal mehr so weit sein komm kommst du bitte rauf hier ja kleine Stücke hier noch und wo ist der nächste hier in diese Richtung und ja da können wir hier schön entlang fahren dann hier durch diesen Sumpf oder was das hier sein sollte dann sind wir auch gleich mal da und ich hoffe mal dass uns hier auf dem Weg nicht zu viel passieren wird und Schadenspunkte sollten wir nicht mal viel sammeln ihr seht es ja schon unser Auto macht schon merkwürdige Geräusche die sie nicht besonders gesund anhören so dann mal hier da lang noch ein paar Meter hin minus 200 Meter hin aber hier sollten wir ja gut vorankommen hoffe ich mal hier könnten wir wenn wir hier stecken bleiben könnten wir ein kleines Problem haben denn hier können wir glaube ich nirgendwo unsere Winde anbringen aber wird schon schief gehen komm jetzt nicht aufgehen und wir stecken uns und wir stecken hier ziemlich tief im Schlamm aber hier wird es wieder besser gut 100 Meter noch ist das der da vorne hoffe es mal vielleicht schaffen wir es ja auch noch zurück ne zu unserer Werkstatt mit unserem kleinen Blenderwagen hier der auch schon ziemlich fertig aussieht komm schon du schaffst es schon komm Stücke noch nicht mehr weit und ja es wird schon wieder und geschafft Navigationskarte enthüllt mal sehen mal sehen ob wir es bis hierhin noch schaffen eigentlich brauchen wir nur hier im Wald vorbei dann hier rein und hier her naja hört sich ja nicht so weit an aber es sind trotzdem hier im Stall zu 500 Meter durch Sumpfgebiet das sollte man nicht unterschätzen und wir müssen ja noch aufpassen dass unser unser Truck hier ähle bleibt und nicht ganz zerstört wird und viele Standpunkte kann er nicht mehr vertragen nicht mehr vertragen hier etwas langsamer über die Bäume und hier etwas langsamer über die Bäume nö ich dachte schon wir stecken jetzt hier irgendwo fest wir sollten ein bisschen weiter links uns halten links weiter ist glaube ich die bessere Wahl wir fahren in dem Wald links da vorne beim Wald einfach links verprähen nach dem Wald rechts und dann sind wir auch schon da wir bringen natürlich unseren Truck gerne wieder zurück zu unserem Unterschlupf oder zu Hause oder wie man das hier nennen mag oder sagen wir einfach mal Werkstatt so wo muss ich hier lang links weiter oder komme ich da irgendwie durch nö das sollten wir nicht mehr riskieren also fahren wir mal schön da links lang da vorne sollte ein kleiner Stückchen Straße sein die wir auch einfach ignorieren werden und weiter bis zur nächsten Straßen fahren die zu unserem Unterschlupf zu Hause oder Werkstatt führen aber hier sieht es ja gar nicht mal so schlecht aus weil wirklich hier durchfahren lassen wir mal lassen wir mal getrost sein hier geht sie jetzt auch ziemlich flott voran okay kommt da ein baumstamm rüber sieht gut aus und dann sollten wir auch hier schon wieder bei der richtigen straße sein ja leute hier noch ein paar baumstämme dann gleich hier die nächste straße bitte rechts abbiegen da biegen wir gleich jetzt rechts ab da auf der wiese sollten wir ein bisschen schneller vorankommen und wir sind hier in unserer werkstatt schon wieder angekommen und wir haben wieder ein ganzes und voll gedanktes fahrzeug so leute das war's auch heute schon wieder mit dieser folge weiter geht es dann in der nächsten folge wenn es euch gefallen hat gefallen hat lässt einfach ein abo hier und drückt gefällt mir danke tschüss bis zum nächsten mal